Guten Tag! Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ich möchte eine Monatskarte für das Stadtgebiet haben. Für 24 Stunden oder eine 9 Uhr Monatskarte? 9 Uhr Monatskarte? Was bedeutet das? Sie gilt Montag bis Freitag von 9 Uhr bis Betriebsschluss. Am Wochenende und an den gesetzlichen Feiertagen gilt sie ganztags. Und die 9 Uhr Monatskarte ist 20% billiger als die normale Monatskarte. Ich brauche die Karte schon Montags bis Freitags, manchmal aber auch vor 9 Uhr. Aber vielleicht kann ich ja doch die günstigere Karte nehmen. Ich überlege mir das nochmal. Haben Sie auch samstags geöffnet? Ja, wir arbeiten 6 Tage in der Woche.